Die Roma Aquarien Komplettsets im modernen Fluvaldesign sind eine Bereicherung für jede Inneneinrichtung. Durch die großzügigen Raummaße und vier unterschiedlichen Größen eignen sich die Roma Aquarien für kleine und große Räume. Die Aquarien Komplettsets sind mit Fluvalinnenfilter bzw. Fluvalaußenfilter, Fluvalelektronikheizer, Globeleuchtung mit zwei Leuchtstoffröhren, LCD-Thermometer, Futter- und Wasseraufbereitung bestückt und lassen somit keine Wünsche offen. Darüber hinaus sind die Sets in zwei Varianten verfügbar. Als Aquarien-Set ohne Aquarienschrank oder als Kombination aus Aquarien-Set und Aquarienschrank. Die Aquarienschränke sind separat erhältlich. Sie sind mit einem flexiblen Wechseldekorsystem durch zweifarbige Wendetüren ausgestattet und das grifflose Push-and-Pull-Türöffnungssystem erspart lästige Griffe. Die Aquarien Komplettsets sind in vier Größen verfügbar. Roma 90, Roma 125, Roma 200, Roma 240. Die Roma Aquarien-Sets ohne Aquarienschrank können wahlweise mit beigelegten Zielstreifen in zwei verschiedenen Dekorfarben Naturhell und Silber ausgestattet werden. Die Roma Kombinationen sind zu den Standardfarben Schwarz-Silber und Naturhell-Mocker jetzt auch in neuen Trendfarben zu haben. Ob Buche Anthrazit, Wenge Weiß, Ahorn Blau, Kernbuche Rot oder Weiß-Schwarz im Klavierlack. Die Roma Kombinationen bieten ideale Flexibilität beim Gestalten von Räumen. Roma Aquarien Komplettsets. Italienischer Schick mit der Verlässlichkeit von Fluval. Premium Service für Ihre Hagen-Produkte bekommen Sie unter www.hagenservice.de Eine einzigartige Plattform mit besonderem Service für Ersatzteile bei Garantiefällen oder Reparaturen und vielen anderen Leistungen.